Und da wären wir auch schon wieder. Dieses Mal mit dem eigentlichen Spiel. Vorher war es ja eher so eine Trainingsmission. Und ich muss sagen, ich habe auch schon ein paar Sachen dazugelernt. Also ich habe das Spiel zwar früher schon gespielt, aber es ist halt eine ganze Ecke hier. Und gerade was die Taktik angeht, mit einem Flamer als Rückendeckung, so eine Scherze. Das hat das Tutorial mir schmerzhaft beigebracht durch die verlorenen Terminatoren. Was ich jetzt mir noch erhoffe von der Kampagne, ist, dass es wichtig ist, ob man Terminatoren verliert oder nicht. Das wäre richtig schön. Also wenn man in der ersten Mission einen Terminator verliert, dass man in der zweiten Mission dann auch wirklich weniger Terminatoren hat. Das wäre sehr interessant. Außerdem interessant wäre noch, dass man die Terminatoren selber ausrüsten könnte. Aber da weiß ich nicht, ob ich mir zu viel erhoffe oder nicht. Aber schauen wir mal rein. Sin of Damnation. Sind zwölf Missionen? Angefangen mit der Selbstmordmission. Zerstöre den zentralen Release Mechanismus. Auf normal. Jo. There is a large bank of functioning escape pods in a sector well beyond our established perimeter. The enemy must not escape. Cleanse the control room. No matter the cost, this will be done. Sergeant of the Squad, accept your orders. You command one squad. You will deploy your Terminators here. Scanners have detected Zenos' life signs in these areas. Deep scans indicate the target is in this area. Bathe the control room in flame and protect the battle brother who bears the heavy flamer. If he falls, all is lost. Ah, okay. Das ist schon ein wenig komplexer der Aufbau. Aber ich denke, wenn wir ein Stormwater hier abstellen... Nee, am besten öffnen wir die Tür hier, gehen dann zurück zum Mittelpunkt und gucken nach unten. Dann werden die irgendwann die Tür hier kaputt machen. Und von der Tür sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis dahin. Das heißt, wenn er hier steht, wird er nicht getroffen. Also ja, ein Stormwater deckt die beiden Eingänge. Die hier werden schon komplizierter werden. Also der heavy flamer wird sich hier erstmal depositionieren, bis die Gänge hier sicher sind. Und wir benutzen ihn, um kurzfristig eine Gänge lahmzulegen. Müssen wir da angucken. Es passt doch immer nur einer hier rein. Ich sehe das jetzt schon kommen, wenn wir jetzt hier einen Stormwater-Typen langschicken. Der steht ja meinetwegen hier. Und es kommen aus den 4 überall Jeans-Teele raus in der Runde. Dann hätten wir maximal 12 Stück. Und er kann nur eine Handvoll davon umbringen. Der Rest wird dann hier rumlaufen. Wir müssen auf jeden Fall bei beiden Seiten gleichzeitig vorrücken. Sonst wird einer auf jeden Fall überrannt. Ja, gucken wir mal. Das muss ich dann gleich auf dem Schlachtfeld selber entscheiden. Aber ja, ein Stormwater auf jeden Fall hier hin. Tür öffnen, zurückziehen, nach unten durchgehen, Overwatch. Der macht nichts anderes in dem ganzen Spiel. Wir dürfen keine Flayer-Munition verschwenden. Beziehungsweise müssen immer einen aufbewahren, damit der Kontrollmechanismus zerstört wird. Auch ganz cool, dass die jetzt extra die ganzen Live-Pots zerstören wollen, damit ja kein Genestealer entkommen kann. Aber halt Terminator, ne? Gehört sich so. Commander Dante der Blood Angels ist über 1100 Jahre alt. Das wusste ich nicht. Danke, Spiel. Ähm, so. Wer kommt jetzt wohin? Kurz zur Übersicht. Das ist der Raum, wo der eine Stormwater nach unten gucken sollte. Also schicken wir den Stormwater auch gleich am besten nach vorne. Ah, jetzt kommen die schwierigen Entscheidungen. Kann ich mit WASD hier scrollen? Ja, kann ich. Oh, wir können es auch drehen. Aber immer nur 90 Grad Winkel. Mittlere Maustaste vielleicht? Nein. Nochmal. So. So ist gut. Also ja, Stormwater dahin. Ein Stormwater hier. Ein Stormwater hier. Und dann WAS? Ich weiß es nicht. Na gut. Du. Dahin. Du. Dahin. Du. Ganz hinten hin. Du. Dahin. Deploy. So. Du. Öffnest Tür. Gehst dahin. Drehst dich. Ruhig mit einem Kommandopunkt. Das folgt mir okay. Wir müssen möglichst schnell die Tür und am besten dann noch die Tür hier aufbekommen, damit man einen schönen langen Korridor woher schießen kann. Komm, dreh dich. Du. Dahin. Du. Du. Da. Du. Da. Du. Da. Alles schön in einer Reihe. Damit müssten jetzt alle Aktionspunkte aufgebraucht sein. Die Tür ist offen. Nein, die ist zu. Mach die Tür mal auf. Die Kamera ist echt irre praktisch. Und stylisch. Wollen wir die vier Aktionspunkte jetzt auch noch verbrauchen? Ich glaube ja. Geh mal da hin. Öffne die Tür. Du rückst auf. Die können kurz warten. Und den einen Punkt bewahren wir uns jetzt auf. Ja. Ja gut. Gucken wir mal wo sie herkommen. Unten. Unten ist okay. Öffne doch nicht die Tür. Das ist komisch. So. Du. Müsste es eigentlich nach hinten. Aber okay. Overwatch. Du. Ja, die kommen lange nicht ran. Okay. Du. Geh mal da hin. Und benutze die zwei Commandpunkte für Overwatch. Du hast ja ein, zwei Felder vor dir, wo du schießen kannst. Also wenn sie hier von der Ecke kommen. Da ist ja zweimal die Chance zu treffen. Äh. Overwatch. Du bist auch ein Stormboater. Du kannst da hin. Du stehst da falsch. Und du kannst da hin. Torkel, torkel, torkel. Okay. In turn. So, der wird. Oh, drei Stück. Gleich Laddämmung. Nicht gut. Ja. Erster Tod. Zweiter Tod. Kommt ganz schön viele aus Einsumkern raus. Das wäre immer nur ein Blib. Oh, okay. Du da. Du beheb erst mal deine Ladehemmung. Dann ziehst du dich zurück. Und dann guckst du, ob du... Nee, da kannst du... Nee, 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 nee. Nicht brennen. Nicht, nicht, ich will... Nicht mehr. Okay, danke. Wenn du dich nach da drehst, kannst du dann da brennen? Oh ja, kannst du. Sehr geil. Brenne. Warum zur Helle lebst du noch? Ja, aber das dürfte der hier schaffen. Du. Schieß auf den. Sehr schön. Das heißt, nächste Runde. Das Ding ist zerstört. Okay. Du gehst jetzt in... Overwatch. Nee, gehst du nicht. Wir brauchen die Punkte anderweitig. Ähm. Du. Wartest, glaube ich, erst mal hier, falls das nochmal vorkommt. Du hast noch schön viele Punkte. Du gehst bitte... ...dah hin. Gehst da in Overwatch mit einem Command-Punkt. So. Du. Äh. Du. Gehst hier hin. Gehst hier hin. Overwatch, oder? Nee, gar nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Tür öffnen. Sechs. Es kann kein Jeans-Tealign ran, also kann er schon ein bisschen weiter vorgehen. Sonst haben wir das Problem, was ich am Anfang meinte, dass wir zu schnell hier auf der einen Seite überrannt werden, wenn nötig auf beiden Seiten Terminatoren stehen. So. Du läufst einfach hinterher. Oh. Sehr gut. Äh. Enter. Ah. Das hätte ich nicht gedacht. Oh oh. Kommen die nächsten. Auf die kann er nicht schießen, weil die da im Weg sind. Ähm. Okay. So. Schön Schritt für Schritt. Also du. Guckst mal, ob du da hinten hinkommst. Nee, kommst du nicht. Na komm. So. Du schießt erst mal. Ähm. Du. Kannst nicht schießen. Äh. Okay. Overwatch. Du. Behebst die Ladehämmen. Und. Schießt im Nahkampf. Oder schlägst im Nahkampf. Komm. Beim Schlagen kann andere zurück schlagen, ne? Ja, nee. Schießen. Na. Overwatch. So, der muss jetzt Command-Punkt zu warten. Dahin. Drehen. Tür öffnen. Und Overwatch. Ja. Overwatch. Wie weiter. Also er deckt jetzt hier dieses Kreuz. Er deckt dieses Kreuz. Aber irgendwie muss der Flamer jetzt an dem hier vorbei. Das heißt, der Sargent kommt mit. Er geht immer weiter vor, bis er hier steht und nach da guckt. Der Sargent steht hier, guckt nach da. Weil von da ja noch mehr kommen können. Und der Flamer huscht dann vorbei. Jo. Das scheint die einzige Möglichkeit zu sein. Also du. Da hin. Flamer. Willst du diese Runde schon los? Oder? Nächste. Ich glaube, der wartet noch eine Runde. Ja, sicher ist sicher. Enter. Und gleich jammen. Nein. Nein. Äh. Es ist nicht gut. Es ist ganz und gar nicht gut. Machbar, aber schwieriger. Komm, komm, komm. So. Also du musst dich jetzt umdrehen. Mhm. So. Du. Ist die Tür offen? Ja, ist sie. Du machst zwei Schritte vor. Deckst den Raum. Warte. Kannst du von da aus da hinten hinschießen? Okay, du müsstest dich erst drehen. Ich vertraue jetzt darauf, dass der Typ hier die in den Schacht halten kann. Also rechte Maustaste. Du drehst die einfach mal nur nach da. So. Und jetzt brennst du die vier da einfach weg. Mhm. Und gehst da hinten. Du. Hast noch genug Punkte, ne? Also greifst du den an. Greifst den nochmal an. Und gehst in den Overwatch. Mhm. So. Du. Gehst jetzt da hin. Drehst dich da hin. Damit du nächste Runde einen Schritt vormachen kannst und da in den Overwatch gehst. Und da ich nicht weiß, was mit den brennenden Jeans-Zylinder passiert, geht er jetzt hier auch nochmal an Overwatch. So. Alle Punkte verbraten. Ja. Eher Overwatch. Jetzt aber. Ah, okay. Die sterben am Feuer. Gut so. Jo. Alle tot. Ah. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ist sauber. Was mir ein wenig irritiert ist, dass der hier nicht das Feuer durchschießt. Aber es wird schon seit dem Grunde ab. Oh, ist noch genug Platz zwischen dir. Ah, jetzt verstehe ich das. Also wenn im Reaction-Fire der Bolter jammt, also nicht mehr schießen kann, dann werden Kommandopunkte benutzt, um ihn wieder funktionstüchtig zu machen. Das heißt, er ist nicht einfach so kostenlos. Man hat es nur vorher nicht gesehen, weil ich die Anzeige da nicht gelesen habe. Jo, das macht dann gleich viel mehr Sinn. Sehr schön. Ja, schnaß wir irgendwie ein Bug oder so. Das wäre nicht so toll. Äh, du. Anjammt. Du schießt. So, jetzt überlegen wir uns, was wir mit den drei Punkten anstellen. Du gehst erst mal zwei Schritte vor. Genau, mit aller Eile. Und torkel, torkel, torkel. Stampf. Du gehst auch zwei vor. Obwohl, noch musst du das gar nicht. Warte mal. Der Flammenwerfer muss einfach nur da hinten. Das heißt, wir benutzen die Kommandopunkte einfach nur, damit der Flammenwerfer weiterlaufen kann. Ich glaube, das macht sogar mit am meisten Sinn. Jo, mach mal. Du gehst jetzt... Warte mal, du musst nachher ein Aktionspunkt, rechtsdrehung zwei Aktionspunkte, drei Aktionspunkte, vier Aktionspunkte. Ja, geh mal da hinten. So, gehst du dann overwatch. Also, die beiden haben er hier. Muss noch. Dann werden wir durch. So, weit so gut. Oh, oh. La Lärmung. Und... Nein. Gar nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Nein, Merz. Mein Volter ist verabschiedet. Viel zu häufig, Ladehemmung. Ich glaube, das ist jetzt ein Fehlschlag. Gucken wir mal. Also, du... 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 Du musst erst mal unjampen. Gehst du da hin? Du gehst da hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt, er deckt jetzt den ganzen Rücken da. Was ist mit dem Eingang und dem Eingang? Das ist nicht gut. Äh, aber okay. So. Einer kaputt. Den anderen können wir nicht erwischen. Dann gehst du jetzt in Overwatch. Und wir haben noch vier Punkte über. Dafür gehst du... dahin. Gehst mit zwei Kommando-Punkten in Overwatch. Und du läufst für die zwei Punkte, die du noch hast, einfach weiter. Und dann drücken wir mal die Daumen. Dass die nicht an der falschen Stelle kommen. Und wir keine Ladehemmung haben. Jetzt. So wie jetzt. Gefahr. Aber das geht noch, das geht noch, das geht noch. Äh. Hahaha. Ich glaube, der Flamme, wir machen das gleich im Alleingang. Sehr wahrscheinlich im Alleingang. Also geht jetzt gleich hier. Da. Warte mal. Wie viel haben wir bekommen? Reroll Command Points. Wir haben drei bekommen. Wir können sechs bekommen. Hier, drei ist okay. Dahin umdrehen. Nein. Dahin umdrehen wir in vier Punkte. Dann schießt er und blockiert den ganzen Weg hinter sich. So. Ich hoffe, ich habe ihn richtig gedreht. Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ja, habe ich. Okay. So. Brennen. Warum erwischte die da nicht? Hm. Okay. So. Kaputt. Die da kaputt. Ja. Äh. Und du? Du stehst da und stirbst. Na ja, noch nicht. Du versuchst, irgendwie dem anderen Typen zu helfen. Ich losse dich dahin. Ah, kostet vier Punkte. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Äh. Also von hinten kommen gerade keine. Und es dauert eine ganze Weile, bis die ankommen würden. Bis dahin ist der. Die Mission vorbei oder alle tot. Also stelle ich dahin. Und mach diese dann wieder nichts. Und wenn das Feuer aus ist, kannst du hier wenigstens Feuerdeckung geben. Entern. Ja. Die reihen sich da jetzt alle auf. Hoffentlich versucht keiner durchs Feuer zu laufen. So. Drei CP. Damit kann ich leben. Und wir haben nur noch zweimal Feuer. Wir brauchen einmal für den Raum. Äh. Äh. Alles blockieren? Oder ein Teil blockieren? Wenn wir so blockieren, kann er Feuerschutz geben und die da umbringen. Ähm. Die kommen, da flammen wir etwas wichtiger als der doofen Sergeant. So. Jetzt müssen wir da zur Tür. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, knapp. Knapp. So. Ein Punkt. Du. Machst einen Schritt zurück. Und gehst in Abwehrmodus. Ja, mach mal. Overwatch. Ich müsste jetzt gewonnen haben. Frage ist, um zu welchen Preis, ne? Ladehemmung. Der Flammenwerfer ist als einziges am Überleben. Noch. Und er hat nur noch einen Schuss. Das heißt, er zerstört das Ding jetzt und wird danach von allen zerfetzt. Äh. Okay. So müsste das komplett sein. Okay. 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 Tadaa. Und ein überlebender, 26 gekillte Gegner. Das ist der Hammer. Ähm, ja. Hätte definitiv besser laufen können. Aber das Wichtigste ist, wir haben das geschafft. Ähm, ja. Jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und danach gucken wir, ob wir die nächste Mission ein bisschen besser überstehen. Und ob wir wirklich, äh, mit dem vollen Kontingent starten. Weil das wäre ja, also es wäre gemein eigentlich. Aber es wäre auch sehr interessant. Das, weil wir jetzt nur ein Survivor haben, dass wir in der nächsten Mission weniger Terminatoren haben. Weil eigentlich sind Terminatoren doch sehr selten. Und wenn wir jetzt schon viel verheizt haben in der ersten Mission von 12. Äh, ja. Gucken wir mal. Äh, also bis gleich.